Saisonstart 2019. Europa-Park-Gründer und Chef Roland Mack suchte vergeblich nach Happy Birthday. Seither machte er es sich zur Aufgabe, es zu finden. Doch vergeblich bis zum heutigen Tag an befindet sich Herr Mack auf der Suche. Europa-Park-Insider und EP-Fan95 haben sich dieser Suche verschrieben und werden sich in den Park begeben, um Happy Birthday für Roland Mack endlich zu finden. EP-Tobi wird sie auf dieser Suche mit der Kamera begleiten. Boys, Happy Birthday! Ihr seht Europa-Park-Insider. EP-Fan95. und EP-Tobi in Wo ist Happy Birthday? Werden Sie es schaffen?